Für mich sind die Salzburger Festspiele ein Highlight in Salzburg. Das doch vielleicht provinzielle Salzburg wird für ein, eineinhalb Monate sehr international. Das größte klassische Musikfestival. Also wir sind auch sehr stolz. Für uns alle in Salzburg ist das auch sehr wichtig. Und es ist eine wirklich lustige, natürlich auch eine anstrengende Zeit. Aber es ist ein Highlight. Auf jeden Fall freuen wir uns jedes Mal wieder, wenn auch sehr viele Leute eben nach Salzburg kommen. Es wird einfach spannender und lustiger und tut sich sehr viel.